Miro Cera Der slowenische Ministerpräsident Miro Cera hat seinem Rücktritt bekannt gegeben. Grund ist eine Entscheidung des obersten Gerichts des Landes. Der slowenische Ministerpräsident Miro Cera hat am Mittwoch seinem Rücktritt bekannt gegeben. Zuvor hatte das oberste Gericht des Landes ein im vergangenen Jahr abgehaltenes Referendum über ein Eisenbahnprojekt annulliert. Cera sagte, er habe sein Rücktrittsschreiben ans Parlament geschickt. Das oberste Gericht hatte am Mittwoch entschieden, dass die Unterstützung der Regierung für das Projekt während des Referendums einseitig gewesen sei und das Ergebnis der Abstimmung beeinflusst haben könnte. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.